Tja Leute, Hore, ich bin's Dusselman und neben mir sitzt mein Hübsle. Hore, war uns langweilig und dann haben wir miteinander ein Despender Maschinengewehr gemacht. Wie man sieht, es ist sehr groß. Und überall sind Pfeile. Jetzt gehen wir zuerst schlafen, würde ich sagen. Müssen wir. Ja, okay. Gehen wir zuerst schlafen. Wo ist denn das Bett? Hier ist das Bett. Ah, hätten wir eigentlich schon eins gehabt. Also, schlaf gut. Ja, Hore, schöner neuer Tag. Sind wir zuerst einschalten. Jetzt müsst ihr aufpassen, das machen wir heute in einer. Das ist echt heftig, okay? Keine Kinder aus dem Raum, okay? Das ist sehr laut und hardcore. Ja. Oh mein Gott, was ist das passiert? Ein Fail. Ach, scheiße. Ein Fail. Alle leer, alle leer. Aber, keine Angst. Etwas haben wir noch. Da drüben haben wir die zweite Hälfte, das ist ja zu groß. Auch noch aktivieren. Das wir auch noch ein bisschen ab hier. Wie man sieht, es ist sehr laut und... Da drüben läuft ein einsam Schaf rum. Das ist ja noch voll... Hallo. Hallo. Ach du meine, weißt du, das ist schon... Ich mein, schau doch das an hier. Schau doch das an, das nehmen wir ein bisschen auf. Schauen wir mal, jetzt sind wir Rasenmäher-Style. Und wen man sehen kann. Aber, meine Dutzel will euch noch was zeigen. Erstmal, ja. Geh mal ein bisschen Schweinchen kloppen. Ja, wir brauchen zuerst einen Bogen. Ah genau, das geht schon was. So, wo ist er dann? Kleiner Hund. Ich weiß. So. Tja, Leute. Wo ist der Bogen? Wir finden den Bogen nicht, helft uns. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr ihn seht. Findet den Bogen. Das kann ja voll abgehen oder? Also, wir haben Drogen muss einfach drauf bleiben. Ja. Und das liegt ganz oft um nicht schneller. Aber es ist braun mal ein Vieh hier. an zu steigern hier sind ein uhr auf die Uhr an der Wohnung die Uhr durchschnittlich kommen und ich glaube dass sie das ist das der Schäfchen Rundschwein hier ist ein Schwein Schalt kommen und jetzt Leider das war's nie nicht nicht es macht mir nach und eine kleine Grabung und eine kleine Kälte in das Wort mit dem anderen Stein aber nicht mehr als ich bin schon ein bisschen Blüder ist alles zuerst mal heute bin ich schon ein bisschen neben mir gestanden nach dem dem Vorhaber hatte ich eine Sonnenbrille und ein Milchpack in der Hand dann habe ich die Sonnenbrille getrunken weißt du oh mein Gott was war das ja also ja ich 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 Vielen Dank.